Ja, hier spricht Werner Ulrich. Ich spreche für den Workshop am 9.09.2019. Ich habe diesen Workshop aufgezeichnet, damit nicht wieder Gefahr läuft, dass es wegen der fehlenden Bankbreite zu Abbrüchen kommt, wie das leider am 1. September der Fall war. Also, das soll besser werden und ich hoffe, dass ich Ihnen trotzdem, auch wenn es nicht live ist, Ihnen alles Interessante oder viel mehr Interessantes bieten kann und Sie haben in diesem Workshop auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und seien Sie gewiss, dass wenn dieser Workshop läuft, über das Internet sozusagen, wo Sie beteiligt sind, wo Sie teilnehmen können, dass ich zu diesem Zeitpunkt auch mit dabei bin und mir quasi selbst lausche. Zunächst wie immer, Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach Bestem, Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, diejenigen wissen Bescheid, die wir schon häufiger am Workshop teilgenommen haben. Diejenigen wissen auch Bescheid, dass Sie sich die Folien dieses Workshops downloaden können. Sie bekommen da eine Nachricht von mir über Download. Das ist dann über das Symbol mit dem senkrecht stehenden, symbolisch dargestellten Blatt Papier, was rechts oben umgeknickt ist. Und ab jetzt können Sie sich das herunterladen. Ja, nun zum Inhalt. Übrigens bei den Folien, die Sie sich herunterladen können als PDF, habe ich noch einige informative Folien mit angehängt, die für den einen oder anderen vielleicht neu sind und für den einen oder anderen interessant sind, weil Sie einiges Wissen noch einmal wiederholen oder festigen sollen. Da geht es eben um den Zugang zu zum Beispiel den Dateien für die Rezepte, für Elektrolytverbesserungen. Es geht um andere Dinge noch, Anwendung bei Tieren. Sehen Sie es sich einfach mit an. Es hängt dann am Ende diese drei oder vier Folien mit einfach dran. Die erste Frage war von jemandem in der vergangenen Woche, was soll ich einsetzen bei Demenz bei jemandem, also gegen die Parasiten, müssen wir ja klar sagen. Meine Empfehlung ist ganz klar, C53 ist der Quellencode-Index, Alzheimer ist Erkrankungen. Und das hier dargestellte TR, also das große T und R, nach dem Unterstrich sagt, dass es sich um die True-Rive-Frequencies handelt, also um die Frequenzen, die selbst von Dr. Rive dagegen aufgebaut, gefunden und mit Erfolg bereits sehr häufig angewendet wurden. Es kam eine Frage, kann ich gleichzeitig mit den Anwendern eine Hypnose betreiben? Und da ich ja eine Hypnose verstehe als Entspannung, genauso wie Autosuggestion, dann kann ich eigentlich nur empfehlen, probieren Sie es einfach einmal. Ich kann mir vorstellen, dass eine Hypnose oder eben das, was ich darunter verstehe, zu einer ganz klaren Entspannung führt und es geeignet ist, weil dann die Bandbreite durch das menschliche Gewebe für die durchzuleitenden elektromagnetischen Frequenzen, elektromagnetische Energie aus dem Agilkehr durch den menschlichen Körper zu den Parasiten verbessert wird. Die Bandbreite verbessert sich ja, das wissen wir, wenn wir die Randbedingungen Ruhe, Ruhe, Ruhe während der Anwendung einhalten, dann haben wir nicht so einen starken Verkehr von Informationen zwischen den Zellen und haben, möchte ich unterstellen, ausreichend und optimal viel Platz, also Bandbreite für die elektromagnetische Energie von Agilkehr. Dann kam die Frage, die ist schon öfter gestellt worden, was ist zu tun gegen die Parasiten bei Bluthochdruck? Da kann ich natürlich gleich sagen, die Anwendung mit dem Quellencode Index A148 über Tonie ist dafür geeignet, aber Bluthochdruck kann sehr, sehr viele, sagen wir mal, Ursachen haben, Herkünfte und somit wäre es auch interessant, und über Agilkehr hinaus bestimmte Anwendungen zu machen. Ich sage nur als Beispiel, Viskosität des Blutes senken und dabei eine Verdünnung mit Medikamenten vermeiden. Das ist zum Beispiel möglich mit Agilflow Basic, was Sie in unserem Shop finden. Entschuldigung, in unserem Shop finden Sie Agilflow Basic. Und natürlich macht es sich immer gut, möglichst genau die Umstände des Bluthochdrucks zu klären. Es kann auch psychosomatisch bedingt sein, da empfehle ich Agilfonie. Und es können auch andere Gründe sein, die wir zum Beispiel viel, viel leichter mit ganz geringen Mitteln sozusagen beseitigen können. Die Gründe für den Bluthochdruck, da nenne ich wieder als Beispiel dafür den Blutdruckentspannungstest nach Hecht. Und über diesen Bluthochdruckentspannungstest habe ich einiges in meinem Informationsdienst AgilSmart stehen. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er gar nichts kostet, dass ich quasi überhaupt keine Technik anschaffen muss. Und trotzdem ist es sehr effektiv. Ich meine also den Bluthochdruckentspannungstest. Und weitere weitere Möglichkeiten hätten wir, wer mit der Anwendung A148 nicht zurechtkommt. Den kann ich gern telefonisch oder nach dem Empfang einer Ticketfrage, also per E-Mail, kann ich ihm gern einige methodische Hinweise geben. Es kam eine Mitteilung, über die ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich hoffe, dass nämlich die Anwendung A44, also der Quellencode-Index A44 mit der Bezeichnung Brustkrebs, schon bei sehr vielen Anwenderinnen geholfen hat, die parazitäre Belastung dort endgültig zu beseitigen und zu bekämpfen. Habe ich mich sehr gefreut. Ich gebe das gerne weiter, denn ich weiß, dass einige Anwenderinnen mit dieser Anwendung Orientierung oder Anwendungsindikation arbeiten. Vielen Dank dem Anwenderprofi, der mir diese Nachricht gegeben hat. Dann kommt die Frage Basisanwendungen. Wie oft und wie lange? Da möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Basisanwendungen zu Beginn gemacht werden sollten. Insbesondere dann, wenn wir viele Baustellen haben. Insbesondere dann, wenn uns nicht klar ist, woher die Erreger kommen, wie die Erreger heißen. Und da hat sich das herausgestellt, dass man die Basisanwendungen einsetzen soll. Sie finden ja Vorschläge zu Basisanwendungen auf der Seite ulrich-mtc.de slash download. Ich wiederhole, ulrich-mtc.de schrägstrich download. Dort finden Sie ja mehrere Informationen, unter anderem auch die Vorschläge zur Basisanwendung. Wie oft, wie lange? Ja, das hängt natürlich, wenn ich ganz genau sein soll, davon ab, wie wir die Randbedingungen einhalten. Und über Randbedingungen spreche ich dann noch einmal am Ende des Seminars. Beziehungsweise Sie finden dort eine Folie als PDF im Download. Randbedingungen lautet, ich möchte das hier ganz, ganz kurz machen, dass wir zunächst erst einmal gute Elektrolytbedingungen schaffen sollen. Für die Elektrolytbedingungen, um das zu verbessern, finden Sie auch die Anregungen auf der Seite, die ich eben nannte, ulrich-mtc.de slash download. Halten Sie das bitte ein, verbessern Sie die Elektrolyte mit einem Trunk 20 bis 30 Minuten vor dem Beginn der Anwendung. Dann, wenn Sie die Anwendung gestartet haben, halten Sie ganz strikt Ruhe ein. Machen Sie nicht nebenbei noch irgendwelche Arbeiten am Computer. Haben Sie keine Computerspiele bitte in Anwendung. Haben Sie gleichzeitig bitte keine Kommunikation mit dem Telefon, ohne das Telefon. Bitte völlige Ruhe. Schalten Sie möglichst alle Nervalenreize ab. Ich halte für mich das noch immer so ein, dass ich sogar den Raum abdoppelte. Das also während der Anwendung. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Nach der Anwendung ist es wichtig, dass man entgiftet. Wobei die Entgiftung auch am nächsten Tag stattfinden kann. Nutzen Sie bitte meine Anwendungsempfehlungen zur Einnahme von Naturzeolit 12 Mikrometer. Auch diese Anwendung, 10 Mikrometer. Auch diese Anwendung finden Sie, diese Empfehlung für die Anwendung, finden Sie auf der Seite ulrich-mdc.de Und es ist natürlich grundlegend wichtig, sauberes Trinkwasser zu trinken. Das wären also die Randbedingungen vor, während und nach der Anwendung. Und damit optimiere ich, wie lange Basisanwendungen und überhaupt Anwendungen durchgeführt werden müssen. Sie wissen ja, es gibt Anwendungen, die gehen unter den optimalen Randbedingungen ganz schnell. Borrelien habe ich mich schon daran gewöhnt, dass die mit ein oder zwei Anwendungen geklärt sind. Und die Länge der Anwendungen ist dann sozusagen klar. Ein bis zwei Anwendungen dort bei Tumoren, bei den Parasiten, die bei den Tumoren zutreffen. Und gegen die Parasiten setzen Sie sich bitte mindestens 90 Tage ein. Und wie oft, Sie können am Tag selbst in den ersten fünf Tagen bitte nur eine Anwendung machen, wegen der begrenzten Entgiftungskapazität. Und ab Tag sechs können Sie sukzessive, also sukzessive jeden Tag, eine Anwendung mehr machen, was Ihr Zeitform da eben hergibt. Und wenn Sie sich so daran halten, dann haben Sie mit nur wenigen Anwendungen, die auch nicht über lange Zeit gehen, haben Sie bestimmt das Vorgehen optimiert und Sie können erfolgreich arbeiten. Ja, das waren schon meine Hinweise. Jetzt bitte Fragen. Die Fragen tragen Sie jetzt bitte, weil wir hier eine Aufzeichnung haben, tragen Sie bitte unten rechts ein in Ihr freies Feld. Ich lasse dieses Video noch entsprechend lange laufen, damit Sie dort genug Zeit haben, ein oder mehrere Fragen einzutragen. Und Sie können wissen, dass ich die sofort aufnehme und Ihnen beantworte. Und ich mache es wieder so, wie auch zu den anderen letzten Workshops, dass ich einen sogenannten Nachtrag bilde und Ihnen Frage und Antwort dann dort schriftlich notiert gebe. Und Sie können sich das auch als Dokumentation ablegen. Vergessen Sie nicht, wer das möchte, die PowerPoint-Folien down zu laden. Das konnten Sie schon von Anfang an und auch jetzt über die Zeit können Sie nachher herunterladen. Denn es hat sich ja gezeigt, dass die heruntergeladenen PowerPoint-Folien als PDF, dass die eine recht gute Dokumentation bilden. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Sollte Ihnen die jetzige Zeit nicht ausgereicht haben zur Eintragung Ihrer Fragen, Dann haben Sie natürlich die Möglichkeit, über das Ticketsystem, den Zugang haben Sie auf meiner Seite ulrich-mdc.de Und dort wählen Sie bitte Support. Im Menü haben Sie die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Und Sie können mir die Fragen auch per E-Mail senden, an meine E-Mail-Eintragung. Und Sie können mir die Fragen beenden, an die E-Mail-Eintragung ziehen.